und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren übersichtsvideo der köln karte das video wahrscheinlich nicht so lang gehen weil es gibt nicht allzu viel neues zum zeigen was ich euch zum schluss zeigen möchte ist mit dem kamera tool eine kleine fahrt durch den köln bonner flughafen der ist gleistechnisch und bahnsteig technisch soweit fertig was natürlich fehlt ist die ganze ausdekorierung ich habe mir so ein probedach drüber gemacht ich habe die wände schon mal gemacht aber einiges fehlt da noch aber damit ihr mal ein beta einblick seht werdet ihr am ende des videos dann diesen zuschnitt sehen bloß kurz als info ja der bahnhof wird wahrscheinlich nicht mehr so aussehen wenn ihr den seht denn im gestrigen stream wurde ein bisschen hier ausdekoriert was ich gemacht habe waren diese service bahnsteige hier angelegt ansonsten dieses stumpf gleit habe ich noch angelegt mehr gibt es hier aktuell noch nicht zu sehen was ich auf der köln stammstrecke gemacht habe köln s-bahn stammstrecke tschuldigung ich habe die mal signalisiert ich habe überall die richtigen signale gesetzt und habe einiges dafür um scripten müssen leider falls ich da mal irgendwie erlaubnis bekomme würde ich das natürlich auch alles gerne mit euch teilen was ihr als timelapse video gesehen habt wo ich ja wo es aber noch keine überblick von gab ist das köln kölner betriebs bahnhofs werk was auch immer wie man das auch immer nicht ich habe irgendwo gelesen dass es heißt köln ehrenfeld betriebsbahnhof aber es heißt anscheinend nur köln hauptbahnhof betriebsbahnhof oder auch nur köln betriebsbahnhof ja da habe ich so gut es ging die gleise die gleisanlagen ja die hallen hier nachgebaut wie gesagt betonung auf so gut es ging ja denn wir haben natürlich nicht ganz eine eins zu eins karte weshalb hier einige gleise herausgefallen sind und zudem haben wir halt in transport fieber einen festen abstand von fünf meter der ist halt oft in so einem betriebswerk kleiner weshalb dort auch mehr gleise reinpassen als zum beispiel bei mir aber ja wir haben hier einmal den abstellbereich für regio und fernzüge besser gesagt ICs werden hier abgestellt dann haben wir hier noch ein bisschen stumpf gleise wir haben hier die hallen hier fehlt sehe ich gerade noch das tor das ist glaube ich ein bisschen fürs ICE für die ICEs und alles mögliche ja habe ich einfach mal so versucht nachzustellen wie es natürlich geht hier drüben noch mal so eine einzelne halle für was die ist bitte fragt mich nicht ja also man hat hier zwei drei gleise reingemacht und dann hier noch mal eine halle hingebaut ja aber für was genau die ist bin ich überfragt dann haben wir ab hier den bereich abstellung fernbahn oder fernzüge das heißt dort werden ICs längere ICs und so weiter abgestellt ich habe da einiges mit kämpfen müssen denn ich ich bekomme hier auf dieser länge gerade so also das wird wahrscheinlich auf ein paar metern passen kriege ich hier eine doppeltraktion ICE 3 rein und da laut meinem plan zwei doppeltraktion ICE linien hier in köln enden muss ich mir noch was einfallen lassen was ich bereits gesehen habe dass hier hinten in köln west teilweise ICEs abgestellt werden jetzt ist die frage ob wir so weit gehen und sagen okay die eine linie ich glaube die eine linie die fährt ein bisschen öfters und die andere die fährt glaube ich nur ein zwei mal am tag habe ich aber trotzdem in mein linienband aufgenommen dass ich die linie nimmt die oft fährt lasse ich hier in das normale betriebswerk reinfahren und die linie die eigentlich nur ein bis zwei mal am tag fährt lasse ich hier hinten von köln west losfahren denn die gütergleise sind lang genug die sind 500 meter lang da kriege ich ohne probleme eine doppeltraktion ICE 3 rein da bin ich noch ein bisschen am knobeln auch mit mir selber aber ja das werden wir dann sehen dann haben wir hier es flackert ein bisschen mal gucken ob ich das noch irgendwie anders hinkriegt das db gebäude hier fehlt auch noch ein bisschen der unterbau denn der hinterhof ist tiefer gesetzt ich war persönlich damals hier hinten im in dem hinterhof grüße an joshi falls das video siehst wir waren hinten im in dem hinterhof wo er hier eine treppe hoch geht die aber leider zu ist denn wir wir haben mal geguckt ob wir nicht irgendwie dichter an die gleisanlage hin kommen aber tun wir nicht auf jeden fall hier das wird natürlich alles nachgestellt dann kommen hier noch ein paar gebäude hin hier versuche ich irgendwie ein parkhaus nachzustellen da bin ich auch noch mit mir selber am knobeln wie ich das am besten hinbekommen das werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten update video sehen wer sich wundert ja ich weiß hier ist eigentlich alles als brücke gedacht also hier ist kein tunnel normalerweise stehen alle gleise hier auf oder gehen mit einer brücke über die straße drüber da das mir aber allgemein zu viele gleise sind und die ich sicherlich später so nicht mehr hinkrieg speziell auch diese weiche auf brücke wird nicht mehr gehen habe ich mich entschlossen einfach einen tunnel durchzusetzen ich hoffe ihr akzeptiert wenn ich dann könnt ihr mal eine bessere variante noch einschreiben so und dann haben wir hier hinten noch den zipfe hier halten ebenfalls oder besser gesagt hier werden ic züge abgestellt die etwas längeren denn ich habe nicht nur kurze ic ist bei mir im fuhrpark sondern auch etwas längere ja wie gesagt die werden dann hier hinten abgestellt die ganzen gleise enden dann hier auf diese drehscheibe ich muss mir noch irgendeinen gleis modden der den der den preilbock nicht hat denn normalerweise würden die ganzen gleise hier in diese drehscheibe enden ja wahrscheinlich um einfach ic züge die kein steuerwagen haben er hat um die lockt abzukuppeln auf ein anderes gleis zu schicken und vorne wieder anzugucken so einfach geht es hier hinten haben wir noch mal eine drehscheibe die aber nach meinen informationen nicht mehr in betrieb ist genauso wie diese gleise und wenn mich nicht alles täuscht auch diese gleise sind nicht mehr in betrieb das muss ich mir noch mal genau nachlesen wer sich wundert ja hier habe ich sandtexturen gesetzt denn bei mir auf google maps ist hier eine baustelle als auch hier eine baustelle ich bin ein bisschen am knobeln von welchem jahr diese google maps bilder sind falls ich aktuelle aktuelle finde und hier ist keine baustelle mehr wird das natürlich noch geändert ja dann habe ich alle überführungen gebaut hier fehlt noch das geländer da bin ich letzt mal nicht fertig geworden aber hier angefangen die brücken fertig gebaut ja alles von hand mit joe fritz mod box hier geht es dann weiter hier habe ich dann die stallwände reingebaut hier die brücken habe ich fertig gemacht ja auch immer darauf immer schön darauf geachtet die brücke ist neu das ist noch eine alte bogenbrücke alles mit google maps rausgesucht die brücken hier habe ich fertig gemacht die brücke habe ich fertig gemacht da ist einiges an schönbau getan worden so ja dann haben wir hier hinten noch da bin ich gerade am umbauen habe ich hier diese diese gitterbrücke reingebaut denn wir haben hier hinten noch mal eine drehscheibe ja da bin ich gerade noch ein bisschen am tüfteln wie ich denn jetzt hier diese gleise leg das wird mal alles in den nächsten streams machen das heißt da werdet ihr auf jeden fall auch sehen wie dann diese strecke vollendet wird ja hier oben ist nichts passiert richtung süden ist eigentlich auch nichts passiert wir haben hier mittlerweile köln west mit köln süd angeschlossen die güter anbindung hier richtung köln kalk und köln kremberg steht schon und hier wird dann eiffeltor entstehen bin ich schon gespannt wie das wird denn das ist kein kleiner güterbahnhof da freue ich mich auf jeden fall sehr drauf und ich denke ja die schönbau impression hier vom lieben trimoniacs habt ihr ja bereits in dem video gesehen da hat er hier oben die a1 ein bisschen verschönert mit feldern bäumen mit den ganzen brücken und die unterführung ich glaube die muss ich noch mal von hand machen er hat sozusagen einfach mal ein bisschen an der a1 gefilmt da kam auch das video her und ja da wird er mit sicherheit auch weitermachen ich soll für ihn demnächst auch hier köln tiefer legen denn mittlerweile liegt es noch auf gleisniveau das wird sich aber ändern demnächst